Richtig cool, dass wir heute hier zusammen sein können, wenn es heißt Schelmengraben clean up. Wir sind dabei, weil wir einfach ein bisschen was zurückgeben wollen von dem, was wir geschenkt bekommen haben aus dem Überfluss Gottes und reinigen ist immer eine gute Sache, ob das Herz oder die Straße. Ich bin heute dabei, damit ich meine Stadt aufrunden kann und helfen kann, wieder eine schöne Sauerstadt zu haben. Ja, ich habe gerade überlegt, wenn jetzt Jesus hier wäre, würde der Müll einsammeln? Und ich glaube schon, also das bewegt mich gerade sehr, dass wir viel mehr so Sachen müssen, die so kreativ sind und wo man wirklich dran ist an den Leuten und mit allen Sinnen, was macht und wenn es Müll ist. Ja, ich bin dabei, weil ich hier im Schelmengraben wohne und weil mir die Menschen hier am Herzen liegen und es macht richtig Spaß, heute Morgen hier mitzumachen. Also, ich bin dabei, um dem Stadtteil etwas Gutes zu tun. Lieber Vater im Himmel, ich sage dir herzlichen Dank für diese coole Aktion. Es war so schön, dass wir etwas tun durften hier für diesen Stadtteil, mit dem wir so verbunden sind seit so vielen Jahren. Wir durften Liebe in Aktion zeigen und wir merken immer wieder, wie gesegnet wir selber sind, wie viel Freude aufkommt. Wir sagen dir danke für das schöne Wetter, die Sonne, die uns begleitet hat und dass wir ein Segen sein durften. Und so wollen wir diesen Stadtteil segnen mit all den Menschen, die hier leben, die hier arbeiten. Wir stehen bereit für die nächste Aufgabe. Amen!